Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands mit dem McManus, dem Freezy und dem Chewie, mir dem Hitcher und wir suchen den Eintopfmacher. Yeah. Yay. Mache Eintopf, die ganze Nacht. Mache Eintöpfe. Mache Eintöpfe, die ganze Nacht. Leichenauflöser. Rollt der da auf die Straße wie so ne Rolle. Schauen wir das checkt. Oh lol. Einiges lose. Ich dachte Hitcher sitzt doch bei mir drin. Wow. Warte auf ich. Nee, ich bin bei Chewie. Warte auf mich. Ich bin bemühtlich am Cruisen. Nimm alles mit was du mitnehmen kannst. Ja, ich lehne den Schuh, hier machst du immer alles kaputt. Leitplanke, das war ein großer dicker Balken. Nein, ein verpasst. Wann nehm ich mit denen mit. Wow. Stopp ins Sniperturm. Wie sie? Ja. Hast du ne Auto? Jetzt kam grad eins. Warum? Benutzt niemand die Rebellfunktion? Hättest jetzt so easy nen Helikopter spawnen können und losfliegen. Abstürzen. Und wärst schon längst da. Ja. Du hättest mal auch kein Anti-Mate sein können und mich mitnehmen können. Bin rausgefallen, weil ich da dran gefahren bin und du hast geschlafen und ich wollte dich nicht aufwecken. auf dem Beifahrer sitzt. Ich dachte du holst die Vorräte und kommst wieder rein und deswegen hab ich mir das ja ganz gut. Ja komm gleich. Oh. Ich seh grade hier ist ja ein bisschen was los. Ja ja. Moin. Einfach da oben hin hab ich da. Oh der ist down. Boah was für'n Schuss. So. Wir machen das mal eben fertig wenn du da bist. Oh. 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 Oh lol. Ich wurde gekillt von nem Auto und nem fucking Helikopter. Ey wo sind die? Oh. Ich komm überall schüß, ich seh keinen. Da sitzt der. Oh. Healy's down. Deine Mates auch. Ach ne nur ich. Ich hol dich. Du bist draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ja ihr seid ja drinnen oder? Jo. Da ist ja drinnen. Ja. Ja ne. Dann sagt er gleich, dass mich keiner holt. Der kann ich neusten brauchen. Ja der Fiese ist doch da unten. Der ist ja drinnen. Der geht ja grad aus und raus. Ne. Weil der kommt nicht raus. Ne. Ja ich dort hier. Ja ich komm. Weißt wo's lang geht. Du weißt wo's lang geht. Naja ich bin ja hier auch reingegangen. Das frag ich mich auch ey. Und den? Verfickte scheiße. Abschluss bestätigt. So. Sag da mal zu du blöde alter ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß hier. Du bist du aus dem Booster. Ja. Genium scheiß Rucksack. Ja der muss ja irgendwie rumpimmeln. Ich denk mal hier rechts in der Lagerhalle. Hm. Schön. Ich hab's. Hier ist doch ne Waffe. Wir brauchen ihn lebend. Scheiße wie sieht hier denn aus? Manas arriba. Hände hoch. Schnell. Kommt damit. Schlingelt der sich ab. Mich vor. Ich wollte ihn grad ne. Zack hat er ihn schon ey. Achso. Leute. So. Alles gut. Tango getroffen. Wir sollen den nach San Mater Alpha bringen. Warte hier ist ein Klotter. Wir müssen draußen mal clearn. Bis jetzt ist glaube ich alles clear. Ich hab nen Wagen. Warte eben. Ich komm zu dir. In der Lagerhalle hier sieht es echt ein bisschen creepy aus. Ja. So warte. Ich stopf den Vogel hier hinten rein. Werd auf. Ups. Da ist mir sein Kopf nochmal gegen die Tür gefallen. Aus Versehen. Aus Versehen natürlich nur. Oh. Wow. Ist doch nicht euer Ernst. Du musst eh ein extra Auto nehmen. Oder in Kofferraum. Ich geh nicht. Oh. Geht nicht. Oh. Dann schnapp ich mir das Motorrad dahin. Okay. Oh. 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 Oh Gott. Was machst du? War der andersrum so dass wir wenigstens drauf schießen können? Oh. 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 Where are you going? Oh. 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 öglich doch bei Mediacraft. Die nehmen jeden. Ja Anton. How about Perché if you did that for 5 years. Wow. wie hieß denn das andere netzwerk was auch so ein massennetzwerk ist da war ich früher mal ganz 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 okay war jeder wenn die war keine ahnung wo ist der film ist er weggepackt ein bisschen drin ja ein bezirksrichter auf dem weg von der arbeit verschwunden octavio rodriguez ein junger aktivist von einer gang bewaffneter männer vor einer war entführt das verschwunden mirabel castro eine lehrerin wurde zuletzt an einem unidat kontrollpunkt gesehen an sie erinnere ich mich sie hatte wunderschöne haut so wie ein engel in der akte hier sind noch tausend andere opfer du krankes schwein nur aus diesem jahr jeder einzelne hat eine familie die vor trauer verrückt wird weil sie zerstört wurde sie waren schon tot was hatte ich denn tun sollen meides glaubt er ist im kopf noch ein kind vermutlich hat er keinen plan was sie meinen dann hat er besser ein verdammt gutes gedächtnis ich will den namen jeder einzelnen person die sie in so ein verficktes fast gesteckt haben scheiß egal wie lange es dauert verstanden ja ok und dann bringen sie mich zurück ja ich muss weiter arbeiten knallhart ich muss weiter arbeiten kennt ihr nichts ich hab noch ein video 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 würde versuchen mich zu töten so wie ich ihn töten würde schwarz ist für rache weiß ist für sicherheit gold ist für erfolg aura wie soll eine heilige widersprüchliche gebete von zwei verschiedenen männern hören meiner erfahrung nach erhören götter immer denjenigen mit dem meisten geld den meisten männern und der größten macht ich hatte den mann verloren dem ich immer trauen konnte wie viele männer würden ihm ergebener sein als mir würde die macht die er mit nahm reichen um mich auszuschalten doch ich hatte einen vorteil ich war mit ihm aufgewachsen und wusste wie er tickte ich kannte seinen nächsten zug vor ihm ich musste nur geduld haben die kinder dürfen keine ameisen mehr verbrennen und das heißt jetzt was hm ja ich glaube wir nähern uns langsam dem endgegner muss hm ähm also hier haben wir alles wir müssen das wird immer weniger ausgeschaltet ja wenn wir fassen eigentlich direkt hier oben in die zone ne das ist eine 5er media luna media luna ist aber nix oder das kennt youth ja da müssen wir rein ich glaube media also wir können da reingehen aber ich glaube dort ist eher so ein das sind 3 1 sind nur von 3 schon gut entspann dich ich fahre das ist mir aber peinlich schieß doch schieß das ding ist übrigens genauso schnell wie der wagen den ihr vorher hattet wer ist genauso schnell wie welcher wagen wow den du gerade fährst wow labernicht er ist da viel schneller ja ich denke da habe ich mit katze hier wow guck mal wie der durch die wüste brennt okay wir sind im neuen gebiet was haben wir denn hier schönes unidad fragezeichen ja anruf was anruf wo konvoi da unten den holen wir uns mit mit schrauben das wird hart warte mal schuld der schießt man noch nicht drauf was auch hinter uns ist auch schießt noch nicht drauf ich oder lasse ich würde erst den heli mit dem granatwerfer unterholen ja dann mach das hab ich jo den haben wir auch den haben wir auch den haben wir auch NICE ich geh dran ja aber das war dann mal eine zerstörung oder das wird gut gemacht jetzt ist eine unidad ist aber alarmiert ja gut weg ballern lass den heli hier oben gleich nehmen die ist auf dem orden ich hab ein video habt ihr auch gesehen nein jetzt freeze pass auf hinter dir und nieder und hier oben ist sauber hier sind dokumente alle drin oder nicht der fährt der steht noch ja jetzt sind wir fahrt ihr oder was ja die kommen hin wir holen eben noch das ständchen und dann kommen wir oh 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 wow tschüss heli ja hier sind auch gute jetzt geht richtig die mit ab alter hier wir haben wir haben nichts sagen aber hier oben ist es von unidad ist gepisst boah 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 ah wie viel unidad hier anrücken ist der hammer wir müssen uns verpissen aber ganz schnell lass das auto hier vorne nehmen dann lass mal den leutnant holen wo werden wir machen das nicht den leutnant achso da ja alles klar der Kerl ist hin okay die hard bitches und pass auf junge es geht sogar rückwärts ups wer steigt denn da schon wieder aus ich warum denn ja warum denn nicht lass mich raussteigen was dein problem ja weil wir fahrt grad hier runter gefallen was er gesagt jetzt schließe ich hier unten warte oder wie also ich hab'n geschätzt na los dann auf zum leutnant wer ja ne fahr du mal ich bin bald schul jetzt du 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 hört sich zwar nicht mehr so gut an aber hier ist auch einer 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 nicht erschießen nicht erschießen da hab'n ihn doch ja jetzt ist unser Auto kurz raus 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 scheiße ja der hat angehalten und ist tot wieso ist der denn tot der hat sich bestimmt wieder selbst überfahren oder der hat sich bestimmt wieder selbst überfahren oder unten rechts stimmt aber der ist grau ja aber der ist grau bei mir weiß also nicht gelb sondern weiß aber wir können ich hab'n mal angenommen ich bin oh wollen wir hinfliegen ja ja 1,9 das geht eigentlich oder nee wie viel 3,5 3,5 naja komm sind wir gleich dort aber wieso ist das so grau ist es richtig gelb oder ist es auch so weiß also bei mir ist es weiß ja ja ist es gelb du bist nicht gelb gelb ja dann markier du das mal das ziel ja hab' ich doch da alle drin in der gruppe oder hat der den schon mal gemacht guck doch mal ob du schon eins von ne schieß mal hier das der anhält nicht erschießen und tot und eine kugel ging nach oben ich auch nicht ähm was denn was denn ich schaue grad hier aber Hitcher ja bist du sicher dass du hier nicht schon drin warst wow Hitcher raus 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 oh god oh god oh god komm hier rein ich hab' ein neues auto was passiert mit dem auto ey das wandert da nach oben komm rein komm rein hm sag dich geh ins geschütz wieder jetzt geht's jetzt geht's hoch was für ein komischer Einsatz bestimmt ja ja ist sogar einer wie viel meter habt ihr oh tschui das war ne scheißidee glaube ich nein das klappt noch also wir sind dort alter was geht denn hier ab wie kann ich eure mission beitreten was du warst noch eben drin ja ich bin rausgegangen weil ich glaube wir sind Manu und ich sind noch gar nicht soweit Verkehr sind noch mal also wie gesagt bei mir ist die auch weiß ich glaube nicht dass wir die machen können wie ist die denn bei dir tschui äh gelb auch gelb obwohl ich hab nichts gemacht irgendwie vorher oder nachträglich ja ja na gut aber ich würde sagen mal in der nächsten folge weiter ja ok dann äh sehen wir uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da schaut bei den anderen vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten folge bis dann tschau tschau tschüss